Jo Leute und damit willkommen wieder zurück zu Sparks Challenge. Immer noch mit dem müden Flash-Shooter. Nein, nicht mit dem müden, aggressiven Flash gerade. Ja oder so. Weil er verreckt ist. Ja. Ich bin im Rage-Mode. Ach, scheiß doch drauf. Nein. Doch. Ich muss ja jetzt wieder Level-Zit zusammenfahren mit Kartoffeln. Ich find's lustig. Ja, du findest lustig, aber ich nicht. Hm. Ich sag ja nur Plünderung 3. Plünderung, Mann. Als was das für Fleisch gegeben hätte. Oh ja, Fleisch. So, komm, gib mir die Kartoffeln. Boah, hier ist gerade alles voll erdig. Guttel mal alles weg. Manchmal hat man ja auch Diamanten da drunter. Ja, oder Kohle. Und dann kommt Diamanten. Ja, oder so. Komm, ich mach mal ein paar Steinschaufeln. So, alles weg. Ein paar Steinspitzecke. Aber dann muss man auch voll Glück haben, dass man da unsere Diamanten findet. Ja, aber... Kann man finden. Aber manchmal, wenn, dann aber auch gleich richtig. Na, deswegen. So, die Sticks weg. Das normale Holz weg. Das Bruch kann man schweilen und bogen, nehm ich einfach mal mit. Meine Skills ein bisschen. Brauchen wir nicht wieder Diamanten. Meine Spitzhack ist fast im Arsch. Ja, toll. Ich kann mir jetzt wieder Diamanten fahren, weil ich alle Diamanten verbraucht hab. Ich hatte ne Diamant-Axt mit, ne Diamant-Spitzhack und ne Diamant-Schwert. Was würdest du in der Hölle mit ne Diamant-Axt? Ja, ich hatte sie einfach mit. Achso. Ich war ja da nicht mehr zu Hause. Hm. Also ich könnte doch richtig YOLO schreien. Ja. Aber richtig so YOLO-Trollo. Eben hast du ja auch schon geschrien. Ja. Das ist doch selbstverständlich. In der Pischtochen-Affe. Du hast ja auch noch keine Plünderung 3 gehabt. Würde ich auch gar nicht kriegen. Sagen wir das mal so. Weil du nicht so ein Glück hast. Boah, das geht dir so lang mit der Erde. Das ist heftig. Na, vielleicht ist da was hinter. Lapis. Warum baut man Lapis ab? Erfahrungspunkte. Ja. Wieso auch immer, ne? Na. Warum auch sonst? Herrgebergt. Ich würd sonst auch nicht anders abbauen. Nö. Erst mal hier einfach nur einen Tunnel graben. Vielleicht komm ich irgendwo raus. Und Diamanten. Diamanten. Nee. Doch. Krieg dich. Vier. Fünf. Sechs. Und Gold daneben. Er ist so ein Arsch, Leute. Echt. Nee, das hab ich glaub ich verdient. Ey, da hat Gott jetzt... Hat der Minecraft-Gott mit mir Mitleid gehabt. Du hast gar nichts verdient. Boah. Ehrlich. Geil. Boah, noch mehr Gold. Einfach nur Gold zum Einschmelzen. Boah, überhaupt keine Diamanten unter gewesen. Und Kohle. Aber bei mir ist auch viel Erde in der Nähe. Sagen wir mal so. Mhm. Naja, geh ich mal weiter graben. Ich würd mal einige weitermachen. Nee, ich mach jetzt einfach nur einen Tunnel. Es gibt ja einfach... Es gibt ja den Mythos, aber ich glaub der besteht noch. Wenn du Gold, ach, Diamanten gefunden hast, dann musst du in jeder Richtung 10 buddeln. Und wenn du dann wieder Diamanten findest, von dieser Position wieder 10 buddeln. Ja, nee, das ist wirklich so. Das gehört aber nicht mehr, wo ich das letzte Mal Diamanten gefunden hab. Deswegen kann ich's knicken. Muss ich in ein Video gucken, wo ich die Diamanten gefunden hab. Ist auch schon wieder alles volle Erde, aber ich hab keinen Bock wieder alles wegzugraben und keine zu finden. Ach, scheiß drauf. Aber weg damit. Wenn ich da Kohle finde, dann find ich auch Eisen. Ja, Gold gefunden. Wow. Gold ist auch nur gut wegen Pferde. Gut, du hast ja schon Pferde gezüchtet. Oder für Äpfel, normal. Äpfel, ja. Ich will da für die ganzen Bosse. So. Und unbedingt Eisen mitnehmen, ne? Neun Eisenblöcken brauchst du ja. Neun. Mhm. Für... ...diese Geschwindigkeit 1. Ach ja. Und ich hab'n Schlucht gefunden. Stimmt ja, das war ja so viel. Ne Schlucht... ...mit Lava. Und ich hab'n Wassereimer dabei. Nice. Naja. Ich frag' mich auch grad, warum ich keinen dabei hab'. Ich nehm' immer Wasser, Vanilla, Wasser einmal irgendwann mitnehmen. Ja, ich normalerweise auch. Weil da passiert... Normalerweise. Normalerweise, da passiert immer diese Unfälle. Häufig und gerne. Jetzt find' ich noch Kohle grad. Eben war noch Redstone. So, bis auf eine Seite. Keine Diamanten. Aber ich geh' noch mal ganz kurz hoch. Eisen. Eisen einschmelzen. Eisen. Ja, erstmal wegbringen. Boah, er erinnert mich das. Ganz lustig. Immer noch. Ja, du find's lustig. Immer noch. Du würdest genau so ausrasten, wenn du's hättest. Hm. Boah, sonst sind die Steuerfahrzeuge unterwegs. Naja, aber zwang hör' ich das hier nicht. Ja, aber... Ich glaub' das schnett schon wieder so, wie bekloppt. Wie vorhin, voll Schneeverwehung, aber richtig. Naja, ich weiß... Fängt jetzt richtig an. Voll der Mist-Zeug. Das dreimal heute. Ja, hatten wir heute Morgen auch. Heute Morgen. Vorhin. So, eine Runde schlafen. Und jetzt bestimmt auch noch. Das nervt. Muss man mal noch einen zweiten Ofen bauen. Einen zweiten? Mach doch gleich Zehner, wie ich. Oder acht. Mach doch einfach gleich mehr. Ich hab mir grad acht Stück gemacht. Bei uns sind wieder Düsenjets unterwegs. Scheiß Luftlinie über uns. So, Flugzeuge jetzt? Ja, aber Düsenjets. Hallo Skelett. So, alles voll Klatsch mit Öfen jetzt. Komm, eins gegen eins Skelett. Du, ich Bogen. Du, Fäule Bogen. Äh, reicht. Zack. Zack. Ähm, da. Ey, nimm mir mal einen Grund, warum die, äh, es Fledermäuse gibt. Keine Ahnung. Nur zu nerven bestimmt. Ja, die kannst du ja nicht mal irgendwie ausschalten, wenn du Monster aus hast. Neu. Sind ja friedliche Monster. Oh, ich krieg da immer einen Rappel bei. Die Nerven. Du bist ein Rappel. Und Skelett höre ich schon wieder. So, einfach nochmal zwei Eisenspitzhacken machen. Da. Die ganzen Scheiß-Coffice-Storm weg. Hallo. Hat den er für Glück auferzählt, technischer Fortschritt erzielt? Ja, du mir ja auch. Wie viel Eisen hab ich denn? 28. Neu, da muss erstmal noch was herankommen. So, ich nehme mal noch ein bisschen Coffice-Storm mit. So, das kann weg. Da muss noch gefarbt werden. Mein Diel-Spitzhacken hebe ich erstmal noch weiter auf. Ja, toll, du hast eine Dier-Spitzhacke. Die fast kaputt ist. Ich hab noch nicht mal mehr ein Dier-Schwert. Ah. Mann. Es war so gut. Wollen wir mal hier ist? Ich hab das ja kaum... Ich hab da nur einmal mitgeschlagen. Nur einmal. Es war ja noch... Es war ja noch... Ein kleines Kind. War ja noch jungfräulich, ne? Ja, sozusagen. Ne, es hatte schon einen Hit abgebekommen. Halbjürg? Haltbarkeit anzeigen lassen, warte mal. Halbjürg, freu dich. Ähm, ja. 8 Minuten schon wieder. Ich kann mir sogar die Haltbarkeit von den Werkzeugen anlassen, ne? Ja. Drück, drück, äh, F3 und H gleichzeitig. Und dann mach F3 wieder weg. Und dann geh über deine Werkzeuge, die schon Schaden haben. Dann siehst du die Haltbarkeit. Wie viel die noch haben. Mhm. Das weiß ich aber nur, weil's mir jemand da gesagt hat von... Das ist ja geil. Geil, ne? Du war Billy. Ja, du war Billy. Das liegt von 1561. Alter Skelett. Nein, Skelett, ey. Nein, alter, was haben die denn für... Boah. Boah. Seine. Geiler Trick. Du bist schlecht. Ach der, Zombie. Ich hab immer noch mal ein verzaubertes Buch mit Schutz 3, Haltbarkeit 3 und... Nein, man sieht's, der geflügelt, äh, hier. Geistreichs, ja. Das... Boah, Skelett, ey. Zack. Zwei Kuiper, zwei Kuiper, zwei Kuiper, zwei Kuiper. Jawohl, danke. Zack. Zack. Noch einmal... Noch mal ein bisschen, ähm... M, M, M... Eisen. Kann ich mir den Eisenkohle machen. Ach ja, oh. Ich glaub, den sperre ich aber auch rein, weil sonst verschwindet der. Ja, weil der wieder irgendwo rumirrt. Ja, ich weiß noch nicht mal mehr, wo mein Schneemann jetzt ist. Ach, jau, ich hab ja noch nicht mal ne Rüstung an. Jau, ich hab ja noch nicht mal mehr... Eisen. Ein Herz. Aha. YOLO. Oh, jetzt kam wieder ein... Kennst du, kennst du, Creeper? Kennst du, kennst du, kennst du? Ich weiß nicht, was Creeper sind. Was ist das denn? Naja, das sieht nur so komisch aus. Okay. Kennst du, kennst du, Creeper, kennst du? Nein, kenn ich nicht. Oh, weißt du was? Ein Eisenbahn zu wenig. Ja, was hättest du dann? Noch ein Eisenblock mehr. Naja. So, ein bisschen weiterfahren. Jetzt hab ich ja mittlerweile 54. Ich hab noch nie ein Beacon aufgebaut. Ne, tröste dich ja auch nicht. Bist du nicht der Einzige. Mhm. Oh Mann, Skelette, ey. Ich weiß nicht, warum ihr so fett schießen könnt, ne? Aber geht mir nicht auf den Zweck, ey. Oh, heule. Ich hab noch nie mal ne Rüstung an. Aha. Jetzt hab ich noch zwei Herzen. Ich hab auch noch nie mal ne Rüstung. Ich lauf ganz weit immer ohne Rüstung rum. Ich kann wundern, dass ich so schnell verrecke. Ach ja. Boah, das ist noch ein Skelett. Boah, ich muss das mal anders setzen. So. Nein. So. Können die da... Ah, das ist wieder Red Storm. Das ist ein Spawner. Ha. Nein. Nein, ich stirb hier. Cool. Und es lustig, wenn du stirbst. Nein. Freck. Nein. Fahrecke. Nein. Doch. Nein, ich baue mich grad zu. Ich bin wieder so nett zu Ihnen heute. Ich hab nur noch ein Herzen. Und da war ein Spawner. Weißt du, was das heißt? EP Farm. Du hast wieder nur ein Herzen. Ja, ich hab nur ein Herz gehabt. Ein Herzen. Oh Mann. Ja, ein Herzen hast du gesagt. Oh, leck mich doch, ey. Nee. Hi Skelett, wo bist du? Oh, da ist wieder Eisen. Hi Skelett. Boah, ey, die Zeit, ne? Ich weiß, wir müssen gleich noch eine Folge machen. Hast du das gehört? Ja, okay. Hast du eine Stimme gehört? Nee, weißt du warum? Ich hab den Spawner gefunden. Das heißt, wir haben EP-Farm unendlich. Du mir ja auch. Jawoll. Jawoll. Boah. Boah, 150 hat die Haltbarkeit von Eisen-Werkzeugen nur. Ja. Aber siehst du, jetzt kann man sehen, wie viel Haltbarkeit die noch haben. Mhm. Jetzt hab ich aber auch, sagt da einer, drückt man F3 und H gleichzeitig und dann mach F3 wieder weg. Guckst du, okay, für warum? Ja, guck einfach. Ja, guck einfach. Guck einfach, wenn du deine Wichser gehst. Ja. Ne? Na, Skelette? Nicht, nicht. Wir haben Licht machen. Ich will... Nein. Ich hab wieder ein bisschen mehr Eisen gekriegt. So. Dunkel. 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 Was ist ja klar? Knieper. Schon wieder warst du in die Lava reingelaufen. Schade, ey. Genau wieder die gleiche Szene wie vorhin. Scheiß. Boah, ey. Und du läufst, dann fängst du weiter an zu graben und guckst gerade in dem Moment noch rechtzeitig runter. Naja, deswegen ja. Boah. Erstmal nochmal nach oben, das restige Eisen schmelzen. So, danke, Skelett. Ach ja. Sogar schon wieder Zender. Hab ich gar nicht gesehen. Mhm. Aber was soll ich denn was sagen? Skelett-Spawner? Mir doch egal. EP-Punkte... Weil deswegen geh ich nämlich gerade nach oben. Dass ich mein Eisen noch schmelzen kann. Dass ich mir noch meine Eisenkohle machen kann. In der Folge. Ne, ich glaub, das mach ich danach. Wie viel hab ich denn mittlerweile? Ein Stack hab ich schon. Ach ja. So hoch, weil ich Eisenwerkzeuge wieder brauche. Obwohl, warum mach ich das denn da unten? Ich kann das auch schön hier unten fertig machen. Zack. Ich teile erstmal das Eisen auf. Mehr Öfen. Öfen. Geht schneller. Oh, jawoll, die ist ne Truhe. Ne, Flash? Einen eiserne Pferderüstung. Cool. Ich hab schon ne Dierer Pferderüstung gefunden. Glaubst du irgendwas mit Schallplatten? Nein, ne? Weiß das nicht. Achso, finde Diamanten. Muss ich auch abkreuzen. Wann hab ich das denn gemacht? Muss ich mal gleich wieder vorgucken. Die Folge ist zu Ende. Ach jo. Und bedanken wir uns für's Zuckern und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wir haben ruhig allesamt. Tschüss.